So, ich bin jetzt Hose und oh! Ist alles ok? Nein! Oh! Nein, nein! Was ist los? So, alles geht gut! Alles geht gut! Oh nein! Alles geht gut! Geht wieder? Nein! Ja, mir ist ein bisschen schwindlig geworden und dann bin ich umgekippt und ich fand, wo dann das gelingt hat. Ja, Hauptsache, ich gehe wieder gut. Ja, ich? Ja, du sollst jetzt gleich nach Hause gehen und dich ein bisschen ausruhen. Ja, das werde ich zu früh machen. Ja, ich gehe dann erst nach Hause. Ja, bis dann. Ja, bis dann, süß! Ja, du kannst ja noch mal anrufen, wenn du überhaupt angekommen bist. So, ich werde den mal anrufen. Na, bist du gut? Ist auch so angekommen? Oh, das ist schön! Hm. Und? Hm? Was? Ein schwerer Afrikas-Unfall? Oh nein! Oh, das hört sich gar nicht gut an. Ja, bis dann, süß! Ja, ich werde schon mal auf den Balkon gehen und bringe frische Luft. Ja, bis dann, süß! Ja, ich werde schon mal auf den Balkon gehen und bringe frische Luft. flavien r Dann, süß! Ja, ich werde schon mal auf den Balkon gehen. Ja, ich gosto, tue ich meine Frage. Boah, es hat völlig gegessen, es hat völlig gegessen. Es ist nicht falsch zu Hause. Jetzt werden wir ein bisschen ausruhen und ja, das sollte ich jetzt auch machen. Na? Was? Hat ein Vergessung bei ganzem jemanden? Nein. Er ist ein leicht gelächterter Schwer. Schwer? Er wird das überleben? Das sieht gar nicht gut aus. No. Nein. Und sie hat auch eine Tochter und sie muss mal anrufen. Ja, dann sind wir mal süß. Boah. Hallo Na. Ja, ich muss dir eine Nachricht hinlassen. Dein Vater hat einen schweren Rotunfall gehabt. Ja, das sieht sehr kritisch aus. Ja. Ja, ich melde mich an den Fassi-Noise-Fries. Bis dann. Tschüss. Oh. Oh, nochmal das hinzu. Na? Was? Der hatte einen Herzstillstand und er musste wieder blick werden. Boah. Oh nein. Der hat sich sehr gut an. Hippie. Ja. Hm. Ja. Ja. Dein Vater hatte einen Herzstillstand und er musste wieder blick werden. Und die konnten den wieder blick. Und das glaube ich jetzt so besser gehen. Ja. Bis dann. Tschüss. So, ich werde ein bisschen Fortnite mal spielen und als Abhängung. Ah. So, ich werde mal ein bisschen Fortnite mal spielen und als Abhängung. Ich werde mal ein bisschen Fortnite spielen. So, jetzt habe ich ein bisschen Fortnite gespielt. Und. Und. Ja. Vielleicht fällt mir jetzt eine Nudel. Pfanne mal machen. Und. Das wird bestimmt sehr sehr lecker. Ja. 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 Und. Und. Ja. 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 süß ah der hat sich endlich wieder entlassen und der kann wieder eine Hose yippie ah da fähre ich mir ein Stern vor dem Herzen und yippie ah nein ich bin richtig gut was der hat einen Herzanfang noch gehabt nein ich muss ja mein Toys lernen oh no pizzen süß oh no hm 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 bin ich sass die Nudelsuko war echt sehr lecker ja jetzt muss ich mich einmal questionable und ja, und das ist ja gut. Na? Oh. Oh. Den muss jetzt. Was? Ja, er fällt sich doch das Bussalz an und dem geht es jetzt sehr gut, ne? Ich hoffe, dass es so bleibt. Du bist dann süß. Ein Achtung nach. Dein Vater kriegt sich ja besser und der muss noch zwei Wochen krank ausbleiben. Dann wird er dann einlassen. Bis dann. Tschüss. Boah, Hippie. So. Ja, ich muss mich einmal ablenken. Und alles wird gut. So. Ja, ich muss mich einmal ablenken. Und ja, bis dann. So. So. So.